Musik 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 Ja, moin Leute hier So mein Scheiß, ey So, ich bin hier mit meinem Mann Sascha Wir haben gerade eine kleine Matze aufgenommen Äh, darf ich das mal nicht sagen? Ja, werdet ihr ja sowieso So sehen, wir sind hier gerade im Studio in Bremerhaven Sascha hat den weiten Weg gemacht, ganz nach Bremerhaven Gut, ich ja auch Bin ja auch kein Bremerhavener eigentlich, aber macht ja nichts Was möchtet ihr uns mit teilen? Ja, was möchte ich, was wollte ich eigentlich sagen? Ist ja egal, also, äh, wir wollten einfach so mal ähm, sagen, dass das Wetter draußen scheiße ist Und, äh, ja Also sag doch mal was Ja, du hast mich ja nicht gefragt! Ja, es ist schön hier in Bremerhaven zu sein, neben Romeo Vitalo zu sitzen Den ich total unterstütze für den Bundesvision Songkontest 2012 Der wird wahrscheinlich wieder im September sein Im September, ja Ich habe gehört, er hat schon neue Ideen Er hat alte Ideen, er hat tolle Ideen Ständig, ständig eigentlich Also nicht nur was die Musik betrifft übrigens Auch so, einkaufen, ganz spontan mal holt er sich eine Fischfrigadelle Auf jeden Fall Ja, das muss sein Vielleicht ist es auch dann auch kommst Wie schnell hier noch eine Fischfrigadelle? Das gab's noch gar nicht im Songfest Nee, das gab's noch nicht Aber wie schnell hier noch eine Fischfrigadelle? Aber obwohl ist es, äh, äh, äh Ich auch Wollen wir uns da Fischfrigadelle holen? Ja Wir sind ja gleich hier Ja, das riecht dir eh hier so ein bisschen Los, komm, weil der dann ist das Film Ja 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 Ja